Happy Birthday M.D. Aum. Amin. Happy Birthday Garen Rek. Happy Birthday Vicky Ching. Happy Birthday Dach-Mar-T-Chi-Shanhan-Chi. Happy Birthday Masut Pharma. Happy Birthday Darup Kuma. Happy Birthday Gautam Giri. Happy Birthday Jibon Kankan. Happy Birthday Surajuddin Avant. Happy Birthday Met Altab Arush. Happy Birthday M.A.Rushit. Happy Birthday Ibrahim Khan. Happy Birthday Kamal Kishor Prasad. Happy Birthday mit Lemon Khan. Happy Birthday Emilia Bucal. Und heute spricht man wieder Crotopia. Viel Spaß. Okay, wir starten mal wieder spielen. Ich bin hier wieder in meiner Welt angekommen. Warte mal, was war die Tastatur. Ja, genau. Und ja. Ich schaue mal nach, was für eine Quest ich hier noch habe. Doppelklick. Wie war das nochmal? So. So. Und so. Und so. Äh. Spacey. Spleas. Äh. Spacey. Bei 3 Small Package. Eine habe ich gekauft. Create a crow. Kreator crow. Kreator crow. Machen wir mal ein crow. Oh. Wie ging das? Hier geht gar nichts mehr. Die Wolken gehen aber noch. Ach. Das war mit Klaus. So. Erstmal wieder reinkommen hier. Einer hat nicht gespielt und schon alles vergessen. Ähm. Ich muss ein crow kreaten. Dann schau mal. Crow? Was ist denn das hier? Achso. Ja gut. Äh. Da. Das war ein Rock. Dirt. Dirt. Crow? Oder ein... Ein Cough. Ne. Crow, ja. Yeah. Oh. Nice. War das noch besser? Rock. Lava. Dirt. Calf. Calfbro. Morgat. Morgat. Lava. Mh. 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 Ich schau da nochmal rein. Ein Crow. Was ist ein Crow? Suggo. Suga, 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 Suga. Ganz viel Zucker. Mach ich da много Trollapanes. Wie? Das ist doch alles... Hä? Wo komme ich denn da hin? Fisch. Fisch, 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 Zucker. Ist das alles nur eine Crow-ID? Crow-ID? Da haben wir... Rettet? ich glaube ich werde dann nachher noch mal auf die richtig schauen wie das geht meine welt ist die red bar takia so ja 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 So, konnte ich das kaputt machen, genau. Ah, ich kann auf die Stelle durchstehen auch. Ja, auf die Stelle, wo ich stehe, kann ich auch hauen. Ah, okay. Es geht einfach nicht kaputt. Oh, doch. Telefon. Ähm, dann will ich mal anders hier bauen. Ich weiß übrigens, wie ihr seht, noch nicht genau, wie das Spiel geht. Ist ja nicht so schlimm. New trees. Speedless new trees. Telefon. What is that? Hm. Ich weiß halt einfach nicht. Ich glaube, ich brauche erst mal Diamanten. Also wird heutige Ziel sein, erst mal Diamanten zu farmen. Oh. 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 also wenn ich jetzt die ganze zeit die diamanten fahren das wird jetzt ziemlich lange dauern ich werde es wahrscheinlich nur eine halbe stunde spielen heute ein diamant geht ja schon gut los was witzig ist ich kann den dahinten lassen und den dahinten das kapital das finde ich ein bisschen witzig noch ein diamant schön ich muss irgendwie in einer anderen welt reinkommen habe ich das gefühl aber ich weiß nicht wie aber ich denke mal das will ich doch heraus sind wie das genau geht das wird ihr wahrscheinlich beim nächsten mal dann sehen übrigens habe ich letztens tropia reingeschrieben aber das ist ja tropia nicht tropia sondern tropia ich schmeiße gut aus ich muss doch irgendwie heraus sind genau das bringt ja nichts wenn ich jetzt hier erstmal alles kaputt haue was passiert wenn ich da drunter das kaputt haue wächst der baum jetzt in der luft so jetzt habe ich erstmal hier ich glaube du wächst nicht in der luft ja mal ein bisschen plan hauen ist der baum gewachsen nein noch nicht okay you can only use sand so warte mal ich habe eine andere idee was passiert test nummer zwei was passiert wenn ich einfach so oh 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 ich probiere aus ob das geht aber ich denke nicht egal ob ich jetzt da oder da stehe Nee, das klappt nicht. Ah! Nee, 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 das klappt nicht. Na gut, dann wird da hinten halt so ne kleine Falle sein, muss hier mal springen, wenn ich da hingehen sollte. Aber wir haben gleich oben einmal ist. Oben sind wir gleich einmal durch. Und fertig, jawohl, ja. Also jetzt kann ich schon mal der Himmel nicht auf den Kopf fallen. Ich mach vorsichtshalber hier mal eine. Jetzt hab ich hier die Treppe. Perfekt. Dann kann ich hier entlang laufen. Und einmal runter fallen. Man kann nicht sterben. Schon mal gut. Oder? Das war hier, glaub ich. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Okay. Jetzt fallen wir von ganz oben nach ganz unten. Schau, was passiert. Ich geh mal davon aus, dass da nichts passiert. Ich geh mal davon aus, dass da nichts passiert. Aber wir schauen trotzdem an. Ja. Wir fallen von ganz oben nach ganz unten. Da nochmal einen rein. Knallen. So. Oh. Schon für dumme Leute gemacht, dass die da nicht runter fallen. Und was mach ich? Ich falle runter. Logisch. Wer denn auch sonst? So. Und. Oh. Nichts gefallen. Äh, nichts gefallen. Nichts passiert. Boah. Nichts gefallen. Aber da kann ich sterben, wenn ich das berühre. Was passiert, wenn ich sterbe? Was passiert, wenn ich sterbe? Habt ihr gesehen, was passiert, wenn ich sterbe? Nichts. Oh. Oh, was passiert. Ja, das war's. Okay. Ah, da kommt noch so ein Ding ins rein. Warte mal, wo ist der? Da ist der. Jetzt komme ich an den Diamanten nicht ran, ja? Ach, nee. Warte mal. Ah, okay, wenn es offen ist, bewegt er sich irgendwie ein bisschen schneller. Ob das normal so ist, keine Ahnung. Ach, das gibt es doch nicht. Gut, weiter geht's. Wenn einer von euch das Spiel kennt, kann er mir ein bisschen mal helfen, was ich hier machen muss. Weil ich klopp jetzt nur so ein bisschen herum und probiere so ein paar Sachen aus. Da komme ich gar nicht hin. So. Das habe ich gleich. Ein, wenn ich da unten falle. Nein, 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 nein. Nicht hier. Von da. So. Okay. Das, das, das. Alles eingesammelt. Ah. Okay. Ich glaube, das ist doch schon wieder alles, was ich machen kann. Jetzt muss ich mich jetzt mal da ein bisschen reinfuchsen und schauen, was ihm, was man machen kann, wie ich hier was weitermache. Also, Telefonbaum, brauche noch 20 Stunden, 42 Minuten. Und ja. Dann fallen wir noch mal kurz hier runter. Wird sich natürlich nichts ändern. Wir werden es übernehmen. Aber. Noch eine andere Idee. Ähm. Ich mache mal sozusagen eine kleine Falle für mich. Also, ich weiß zwar, dass das, was ich da mache. Also, es ist ja sozusagen keine Falle mehr. Aber. Ich werde mal schauen, was passiert. Mal wieder. Also, ich werde sterben dadurch. Das weiß ich. Das, das ist mir bewusst. Aber. So. Haben wir. Wenn ich jetzt da oben runter springe. Und da in der Lava rein. Sterbe ich mit einmal. Oder. Wie in gerade. Muss ich da erstmal Schaden kriegen. Damit ich da überhaupt sterbe. Zweiter und letzter Versuch. Sprung. Im Lavabett. Da. Da da da. Und springt mich darum auch nicht. Ja. Das Gesicht sieht witzig aus. okay ich komme da nicht mehr raus man ist wirklich gefangen man wird wieder hoch geschleudert und ich kann noch mal probieren ob ich da rausspringen kann aus meinem lavabett doch kann ich aber wenn ich jetzt noch eine etage wenn ich da jetzt noch eine etage bauen würde so jetzt komme ich da auch nicht mehr raus jetzt wenn ich da rein falle müsste ich tot sein außer wenn ich direkt abbauen könnte versuch nummer drei aus dem lavabett rausspringen und probieren was abzubauen ich denke nicht dass das klappt wir laufen auch nicht ganz hoch hier man deshalb von hier vorne weil der falscher den gibt es bei mir ja nicht geht nicht geht nicht noch einmal kurz probieren ob ich da weiter rausspringen kann aber ich denke nicht dann bin ich gefangen gut zu wissen dann mache ich die alle mal wieder weg nicht dass ja noch außerdem paar mal reinspringe aber wir wissen jetzt so dass man andere leute so umbringen kann so dann haben wir warum kommen wir nicht mehr ran da habe ich jetzt auch ein problem weil ich habe gar kein zum klotz mehr musste man den einpflanzen das war so ein dirtbaum kann man den hier auch einpflanzen 30 sekunden 20 sekunden 25 sekunden ok was es für bäume gibt witzig oder da sind die die schmutzflecken sind wieder da schön dann würde ich mal sagen das war es für heute kann man hier so ein bett bauen hier wird mein kleines mein zimmer werden das kann ich nicht machen wie lange dauert das 30 sekunden probiere ich mich mal kurz bis zur lava durch zu boxen und ne geht auch nicht dann baue ich das mal lieber schnell ab und ne kann ich nur was zerschlagen also ein stein baum ein schmutz baum lava baum ich habe vier verschiedene bäume und was kann ich damit machen das weiß ich immer noch nicht ich werde das ganze noch mal ein bisschen weiter herausfinden was ich machen kann 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 2 ok drop eine reiche grad schon und information ok wir werden mal schauen was ich da machen kann also sag ich mal dankeschön und bis zum nächsten mal